Hallo, wir sind ja voll motiviert, gut gelaunt, hochmotiviert und voller Tatendrang. Er kommt nach der Runde eben, die ich hätte aufnehmen müssen. So, wo gehen wir denn lang? Ich würde mal sagen, A lang. Ja, es war unentschieden, aber die letzte Runde war echt... Ja, du hast viel, man muss sagen, der liebe Nick... Wo geht ihr denn alle lang? Ich hasse euch ja... Ja, wir sortieren uns noch. Okay, ne. Ne, der liebe Herr Lost hat vier Leute weggeholt und den letzten eine Sekunde vor Ablauf der Runde gekillt. Das war richtig nice. Er muss da pushen. Ich freue mich über mich selber, oh Scheiß. Lass erstmal ein bisschen warten, nur nicht so pushen. Die wissen jetzt, dass wir hier sind. Dass wir irgendwie hier aus der Mitte rauskommen. Auf jeden Fall kein Können, was ich da gemacht habe. Okay, ja, hier ist auch eine Nervensäge. Einen habe ich. Da ist noch einer. Ach, komm jetzt. Ich habe noch 14 AP. Loll, er holt sich gut diese komische Wrestlerin da, ey. Speth Phoenix. Nicht irgendeine komische Wrestlerin. Ich kenne mich da aus. Du sprichst mit einem Fachmann. Die ist schon lange nicht mehr dabei. Tja, hat er wahrscheinlich irgendwo im Internet gefunden. Weiß nicht, wer es ist. Background-Info für alle, die es interessiert. Sie ist verheiratet mit Adam Copeland, aka Edge. Boah, das war ein richtig schöner Headshot, ey. Naja, ich glaube, der... Und ist, glaube ich, gerade sogar schwanger. Oh, guck mal, hier ist eine... Was du alles weißt, ey. Ne, ich bin... Ey, Wrestling bin ich... Wrestling, MMA, da bin ich voll drin. Ähm, ich glaube, der will nach A gehen. Oder was will er machen? Weiß ich nicht. Der hat die Bombe. Ich weiß nicht, was er machen will. Ja, nix macht er. Ja, ich komm doch. Du Deppes. Denk mal an die Uhr. Ja, genau. Ganz schön knapp, das haut nicht hin. Ja, ich weiß auch nicht, warum der das jetzt machen will. Vielleicht, weil er ein Pro ist und wir die totalen Loops sind, haben keine Ahnung, dass es doch funktioniert. Ja, dann hätte er aber auch alleine weiterrennen können. Eigentlich ja. Oder er weiß, dass 20 Sekunden ausreichen. Könnte aber... Ja, aber nur, wenn er direkt legen kann. Kann er nämlich schon mal nicht. Okay, unten kommt noch einer. 5 Sekunden reichen wir jetzt. Geh drauf, dass er legen kann. Richtig? Siehst du? Richtig gut. Alter, 2 Sekunden. Ach, der ist schon da. Shit. Das war eigentlich jetzt scheiße. Ich hab gedacht, der wäre noch unten. Dammit. Ja, geil. Boah, toll. Jetzt macht er wieder auch speziell, ey. Wer macht auch... Achso. Der Typ, oder was? Ja, ja, der denkt wieder, er ist der totale. Profi? Hallo? Kann gar nicht sein. Wie sind die totalen Profis? Oh ja, stimmt. Hab ich vergessen. Tja, da geht's schon los. Ich bin schon zu dumm zum Einkaufen, ey. Das ist mal dreimal das Falsche gedrückt. So, wo geht's denn lang? Wie hat die Bombe? Der Pöppel. Ach, der ist gut. Ja, es ist gut, wenn er die Bombe hat. Also entweder du, ich oder Pöppel die Bombe meistens. Also wenn wir die Bombe haben, lassen wir ihm die geben. Weil der ist, glaube ich, gar nicht mal so ohne. Okay. Man muss auch mal dazu, du musst eigentlich nur erklären, dass du deinen Nickname geändert hast. Ja. Er ist keine Sau, wer du bist. Er ist der Rabe. Ich bin der Raven. Der Vincent Raven. Ja, ich weiß nicht, was alle mit haben, aber okay. Leute, blockier mich nicht, du. Kennst du den nicht? Doch, ich glaube, ist es Magier? Ja. Ja, war... Ach, ey, ernsthaft? Ich bin... Ach, der hat noch 10 HP. Leck mich doch. Ach, ich bin der Letzte? Ja, der ist... Da kommt er. 10 HP hat er. Ja, genau. Äh, der kommt, der kommt, der kommt! Sein Ernst, der kam doch nicht. Ja, ich hoffe, der kommt. Ist mir ja scheißegal. Ach, ist auch nur noch einer, ja. Ja, bleib da bei den Kisten. Ah, nein. Ey, du bist so schwul, du Hurebson! Sag doch nicht so Wörter. Ey, du blöder Typ. Ja, genau du. Ich gucke ihn gerade genau an. Genau du. Hast du gehört? Du bist blöd. Voll blöd. Das war wieder unnötig eigentlich, weil der eine... nämlich beim Zurückgehen geblockt hat und der andere, der da auch von dem geblockt wurde, gestorben ist. Tja, so macht man es. Nicht. Ja. Ich will jetzt mal zwei Flashes kaufen, damit mir das nicht nochmal passiert. Ich glaube, wir werden die, ähm, wenn wir jetzt mal ins Rollen kommen, ganz schön zerreißen. Let's go! Mal gucken. Wenn, wenn wir mal ins Rollen kommen. If. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, Vincent Raven. Das war doch hier, äh... Bei der Uri Geller Show hat er doch gewonnen. Der Typ mit dem Raben auf dem Buckel. Ja, ja. Ach, der sieht... Warte, der Rabe hieß... Der Typ sieht so aus wie mein... Abrax... Blockt mich doch nicht. Ich hab'n Header gegeben, den Typ. Nice. Der Rabe hieß, glaube ich, Abraxas... Abraxis... Ja, das war irgendwie klar, ne? Pass da auf, ja. Sonst lass auf B gehen, wenn er nichts ist. Alter, ich hab noch 17 AP. Wir sind die letzten beiden. Echt jetzt? Teure? Bist du drauf? Nee. Ach, da ist einer. Ah, ja, da ist einer in der Ecke. Ja, der schießt bei mir auf die Kiste. Und bleib da. Tu ich auch. Weil er immer noch zu mir schießt. Und zu dir. Okay. Soll ich mal rausgucken? Geht's nach B. Hast du die Bombe? Ja, dann mach. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich guck mal aus meinem Loch raus. Ah, ne, der ist hier immer noch. Der ist in zwei. Das Problem, vor dem ich jetzt stehe. Ah, toll. Ich bin tot. Ich hätte früher anfangen müssen zu schießen. Toll, der eine hat noch 10 HP. Psch, 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 psch. Ich muss jetzt hören. Als blöd. Ob da noch zwei sind. Na, na dir. Hinter dir. Loll. Hast du das gesehen? Ich hab ihn doch getroffen, ne? Ja, aber hinter dir war der noch. Ja, toll. Hätt's erst den wegholen müssen, weil das war anscheinend der mit den 10 HP. Toll, er leckt mich doch am A... Am A-Punkt. Ungern. Bin ich nicht so der Fan von. Oh Mann, ey. Das ist doof. Kommen wir hier noch auf B. Ja, okay. Ich hab kein Geld für ne Smoke. Obwohl wir besser sind. Kauf mal ne Smoke und werf sie mir mal zu. Erstens hab ich nicht, und zweitens. Passiert eigentlich, wenn man ne Granate in die Hand nimmt und geht, rückt. Schmeißt er die dann auch auf den Boden einfach. Ah, da warte, ist einer. Zurück, zurück. Flash. Kommt der rein? Naja. Flash, flash. Der kommt wieder. Links von der Tür. Nice, der Typ hat den weggeholt. Ja, komm, lass. Mitte, Mitte. Komm jetzt nach Mitte. Komm nach Mitte. Ich geb nur einen Moment Rückendeckung. Okay, komm. Was willst du bei Mitte gehen? Warte, warte. Da, da, da. Okay, geht der nach A. Hier? Achso, da ist ja noch... Ja, der ist hier, der ist hier. A. Ja, komm, geht nach A. Was heißt denn hier? Wo war er denn? Der ist in der Mitte und guckt jetzt durch die Tür. Ach, da, ja. Okay. Der wird den... Aber pass auch, der kommt da jetzt nach wahrscheinlich, ne? Ist nur noch der? Nur noch der. Der kommt jetzt von unten, ne? Aber geh nicht challengen, sondern geh einfach legen. Geh legen. Ja, geh legen. Sagst du so lange. Ja, wenn der Kollege... Wenn ich gelegt hätte, wäre der hochgekommen, hätte mich direkt erschossen. Och, ernsthaft? Der geht über lang? Und holt ihn jetzt noch? Ja, schieß doch! Alter! Hat der geleckt? Hat der mit den Pfeiltasten gelegt oder was? Gern, das war so voll so ruckartig. Krasse Scheiße. Ja, egal. Klappst du hier, ne? Aber trotzdem lustig. Ich habe auch egal, was ist mit dem los? Das war ja sehr speziell. Der ruckelt sich dahin ab mit seinem Zielfernrohr. Aber hallo, ne? So, hier, A kurz. Gehen wir kurz lang, ja. Lang kurz. Kurz lang, also bei beiden Ball. Keiner weiß, was er will, ja. Ernsthaft. Befehl. So, alle Witze in einem... Oh, hier ist eine... Zwei, zwei sind kurz. Einer hat nur noch, äh, 34. Noch einer. Ah, Mann, ja, scheiße. Das war ein Schuss in den Ofen, ey. Ja. Oh, jetzt wird er von hinten erschossen. Weil unser Kollege da... Oh, den... Stimmt! Der wollte den Messern, Alter. Ja! Der wollte den Messern. Ach, unser Team ist wieder so unnötig schlecht. Wir müssen eigentlich gewinnen gegen die. Die sind echt gut. Eigentlich. Ach, ich spare mal Geld. Ja, ich kauf mir jetzt auch nur nen Check. Wenn ich selbst mod. Aber gut, ich hab mir auch Dings geholt. So, ich hab mir jetzt ne Rauchgranate gekauft. Du hast ne Rauchgranate gekauft? Mhm. Das gibt's ja gar nicht. So, aber jetzt... Gehaut's aber heute eine raus hier. Ja. Full Buyout hier. Full Buyout. Ja, ich hätt auch nicht mehr viel kaufen können für'n Full Buyout. Und rein. Die ist scheiße gewesen. Ich sag's ja nur gern. Ja, ist aber keiner da. Ist keiner da. Jetzt sind alle fünf hier drauf. Achtung! Cutters! Kommt einer von Cutters. Noch einer. Noch einer. Ja, komm, dem hab ich... Hätt er in den Hünderkopf gegeben. Der fällt nicht um. Yeah. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Wo ist ne Waffe? Waffe! Scheiße. Waffel? Waffel. Ich brauch ne Waffel. Waffel. Ja. So, nochmal ne Rauchgranate. Waffels. Waffels sind's. Insinne. Nope. No plan. Ja, der wahrscheinlich sowieso. Der Blaue ist sowieso einer der komischsten Typen. Mal trifft er, mal wieder nicht. Also ich hab nur ne Tech. Weil ich hab kein Geld. Durch, durch. Da ist einer mit am Snipen. Passt auf. Alter. Es gehen A lang ab. Geht auf A. Geht auf A. Ja, gehen wir ja schon. Ich bleib bei Cetio und camp die weg. Ich geh kurz. Mitte kommt glaub ich einer. Hab ich. Oh, ich hab gerade die Kriegsgottel. Bist du blau? Nee. Ich bin gelb. Gelb, okay. Ja, das haben wir aber. Ja. Ich hätt gern mal ne Waffe. Waffle? Ne Waffle. Ich hätt gern ne Waffle. Ein paar Waffles. Charlie Waffles hätt ich gerne. Kennst du Charlie Waffles? Gibt's doch nicht. Wo ist denn hier ne verkackte Leiche? Ich brauch ne Waffe. Das weiß ich natürlich nicht. Boah ey, ich hab schon wieder keine gekriegt. Jetzt kauf ich ne A. Wie warte ich. So, ich war richtig gut bedient mit der, ähm, was war das hier? M4. Ich kann besser mit den CT-Waffen spielen. Du kannst besser mit den T-Waffen spielen gelassen. Oh, wo ist die? Warum behol ich mir Dreck mal? Okay, Moment. Geht wieder nach A, aber diesmal allang. Ach, short again. Oh, ich hab einen. Boah, nice. Dann guckt der schon mal nicht. Boah, hab ich Schiss gekriegt gerade. Der hat mich nämlich auch fast erwischt. Ich hab gedacht, der rennt durch. Ist aber stehen geblieben. Ich smoke mal eben. Ich guck mal auf lang. Will einer mal kurz, mir kurz helfen? Da ist einer kurz. Ich hab gerade lang im Blick. Hoffentlich treff ich auch. Okay, reif, hab ich. Jetzt, jetzt kommt's halt drauf an. Nein, verschossen. Einer ist auf A. Einer ist A lang. Okay, A ist weg. Okay, jetzt auf A drauf. Ich lege auf kurz. Ich lege auf einen Grenade. Weil dann... Die können eigentlich nicht über kurz kommen, sobald ich weiß es nicht. Okay, entweder kommt er jetzt hier oder er geht über lang. Geh nach kurz, geh nach kurz, geh nach kurz. Geh nach kurz. Fall dir mit mir in den Rücken. Hau ihn weg. Hinter mir ist einer. Alter, jetzt nicht verarschen. Okay, einer ist kurz. Trotzdem noch. Alter, was war das denn? Yes. Oh mein Gott. Hast du das gerade gesehen? Ich hab das gesehen. Ja, der ist irgendwie vor dir weggeraten. Keiner wusste, warum. Ja, und ich treffe A. Auch wieder nicht. Weiß, voll lauter Hektik. Ich gebe mal dem Deathkill-Own die Bombe. Deathkill-Own. Deathkill-Own. Owned. Der owned sich selber. No problem. Ach, no problem, meinst du ja. Ich hab gedacht, no plan, ey. Ich bleib, ich zieh mal auf die Tür. So, wo wollen die jetzt lange? Die wollen nach der Tür gehen, okay. B sind zwei. Der snipert nur nicht mehr Mitte. Ja, ich schätze mal, der hat jetzt Schiss. Hast du den Meck geholt? Nee, ja, eben in der Runde davor. Eben hab ich auf die Tür gezielt, aber gezielt da sind sie durchgerannt. Ah, ich wurde von A lang erschossen. Geil. Wenn die einfach durchrennen können, ne? Zwei Stück sind am T-Spawn. Also zwei hab ich gesehen. Nein, ich schreib's mal im Team. Ja. Ja, du, äh. Ne, ihr seid noch zu zweit. Check ich jetzt erst. Die Bombe liegt in den Cutters. Ich guck mal, ob der sieht, wo der ist. Wäre nice, weil dann kann ich ihn nämlich wegsprayen mit meiner AK. Okay, der ist T-Spawn-Seite vor den Cutters. Okay. Da war eben kurz die Waffe. Ja, da sitzt er und wartet. Okay, warte, er soll gehen. Genau. Tja, war scheiße, ne? Sehr schön. Den haben wir richtig schön anstrengen. Sehr schön. Ja, ja. Den habt ihr auflaufen lassen. Ah, war das schön. So was mag ich. Ich kauf noch mal ne Rase. Ich probier's. Ich hab heute irgendwie nen guten Tag. So halbwegs guten Tag mit dem Ding. Guten Tag, guten Tag. Ist das alles immer... Okay. Okay, ich ziehle auf die Tür. Keine Ahnung, ob ich den getroffen hab. Einen hab ich durchgerannt. Ich lass die mal langchecken gehen. Oh, da sind zwei. Zwei sind durchgerannt. Einer ist Mitte. Ist der durch? Der ist in die Cutters rein. Da war ich zu lahmarschig. Mein Gott. Da ich die Videos ins Internet stelle, ist schon ein bisschen peinlich. Manchmal, ne? Passiert. Wo bist denn du? Ich bin hier immer noch an unserem Spawn. Ah, okay. Nice. Ich guck mal Richtung, äh, B Cutters. Ja, tu das. Das ist gut. Boah, da kommt was angeflogen. War da eben einer oder sowas? Einer ist hinter der Kiste. Einer hinter der Kiste. Einer hinter der Kiste. Einer ist... Nein, von hinten. Was heißt von hinten? Äh, von langen. Und von kurz. Was ist denn jetzt los? Lang und kurz. Ja, alle haben... Ja, war einer und eine hat nicht zugehört. Einer hat sein Headset anscheinend fallen lassen. Kill ihn. Hau die Sau weg. Nice. Yes, again. Do it again. Do it again, do it again. Von hinten. Da, da, da. Do it again. Nein, ich bin dumm. Ich hab bei der Hälfte erst gemerkt, dass der ne scheiß Schrot in der Hand hat. Wo krieg' ich da eine Steuern, ey? Schön wär's. Okay, jetzt hab ich kein Geld mehr für ne Ava. Bist doch YouTube-Star. Meckert der jetzt, dass ich ne Ava hab, oder was? Und die nicht benutzt hab, will der mich verarschen? Als ob ich dann getroffen hätte. Ich nehm die Bombe mit. Ich glaub, du bist mit der Tech besser als mit der GP. Ja, das... Ja, auf jeden Fall bei den Entfernungen. Jetzt hab ich ne Galli hier. Oh, na geil, da ist ne Ava. Ja, bleib da. Geht einfach durch. Ich hör's hier, wenn der kommt. Alter, die stehen hier direkt voreinander. Boah, die haben hier... Oh, ne, die kommen über T-Sporn. Ich geh über Mitte auf B. Ist B frei? Ja, ein T hab ich. B war irgendwas, weiß ich. Ah, der ist hier, Katast, der ist Katast. Okay, welche Seite bist denn du? Ich bin T, aber der ist noch hier. T-Seite auch bei dir oder in den Katast? Nee, ist das nicht. Ist egal. Warte, die... Waffe, 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 welche Waffe hat der da? Ach, Karsch, Wuchtel. Ist das ein CT mit GAK? Was ist da los? So, wir müssen mal, äh... Langsam... Gut spielen. ...die Pötte kommen. Langsam mal gut spielen, ja. Das wär mal ne Idee. Das ist so ne Idee, die ich... Warum hab ich ne Tech gekauft? BG nicht B oder was? Doch. Jetzt irgendwie doch. Ich hab die Bammel nur aufgenommen von dem Typ. Das war grad wieder sehr gefährlich auf B. Das war fast wieder schiefgegangen. Die schleichen sich immer in unseren Rücken. Das ist richtig tricky, ne? Aber komm... Oh. Flash, der ist wohl weg. Ja. Ja. Den hat's mal gegeben. LOL! Mit der Schottie! Oh, ich bin so schlecht, ne? Das darfst du echt nicht im Internet zeigen, so ne Scheiße, ey. Uah, das ist ne Awe, oder? Ne, von uns ist ne Awe. Kürzi. Drei gegen zwei. Bleib, bleib erstmal da. Einer ist zäh... Einer ist, äh, Katas in den Tunneln. Lick, klick, klick. Ach, ich hab ja die Bombe. Einer ist Katas Tunnel. Der kommt da jetzt. Du dir gern. Alter, echt ne Schrot jetzt. Jetzt sind sie zu zweit. Ah, ich hab gedacht, er wär Loch. Äh, das war... Ich hab wieder ne falsche Einschätzung abgegeben. Der Purple ist nicht so intelligent, wie ich dachte. Das hätte man hören können, dass der hinter euch kommt. Kaufe ich ne Awe? Ne. Mann, 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 ey. Das ist so wieder so close, ne? Wenn es jetzt wieder unentschieden wird. Äh, kann man nur hoffen, dass wir, äh, CT besser abschneiden. Ich hoffe, ja. Let's cover long, wenn er meint. Die sind da... Die sind nicht so viel mit, äh, Dingen. Lol, ey, ich treff aber wirklich nichts, ey. Ja, reingehen würd ich nicht. Ach, jetzt killt er zwei. Ja, ist ja nett. Okay, vier gegen drei. Also da müssten ja eigentlich alle weg sein, das waren nur zwei. Warte, wir haben nur nicht die Bombe, ne? Doch. Ja, jetzt kommt er mal. Was für ne Empfindlichkeit spielt der eigentlich, ey, das ist ja krass. Ah, einer ist... Ah, kurz, ah, kurz. Was, was, was? Was, von hinten, oder wat? Ja, ja. Alter, leg die Bombe, du... Hä, von wo wird ein geschossen? Von, von lang. Ah, nee, hier, da ist einer. Ja, und lang. Ja, ich kann mich nirgendwo zeigen. Okay, jetzt auf lang, jetzt auf lang. Ja, das sagst du so, du Scherz. Ja, der ist, ist der letzte, der ist garantiert. Ja, und das ist aber auch ein Sniper. Keine Chance. Toll, was macht der Punkt, 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 ey? Green, don't rush. Wow, das schreibt er, wenn er tot ist. Das ist auch so ein Genie, ne? Ich hasse solche Leute. Das war, das war... Ich bin grün. Warum, warum ist der blaue immer der schlechteste? Beziehungsweise der, der am meisten abfuckt, ich weiß es nicht. Mir fällt gerade auf, dass hier, äh, die gute Beth Phoenix, der dürfte mich eigentlich nicht töten. Der müsste mich gut leiden können. Weil ich die Generation X als Profi-Bild hab. Ja. Sagt dir auch nix, ne? Nee, das ist nicht meine Generation. Das ist nicht deine Generation. Hier ist einer in den Doppeltüren, und denen hab ich ein Header gegeben, den Penner. Ja, ach, komm mir klar. Der hat nur noch 9 HP. Ficken, ey. Oh, Mann. Ich brauch was zu trinken. Oh, Junge, leise. Ich höre nicht. Ja, danke, ey. Bitte. Scheiße. Ey, das war dumm, ey. Ja, wo warst du denn? Ja, ich war unten in der Cutter, als ich wollte hören, wo der lang rennt. Na, scheiß drauf. Das wird wieder ein Schuss in den Ofen, ey. Schön, dass er auch mal was trifft. Hat er wenigstens die Bombe, ne, hat er auch nicht. Jetzt war das so. Ja, das war wohl ne Smeich, oder würde ich jetzt nicht noch mal hingehen? Ja, das ist 9 HP. 9 HP. Wo zieht der hin? Er hat einen neuen HP-Typ. Einfach so peinlich, mal wieder. So peinlich, dieses Team. Kein Kommentar. Was? Oh, um. Alter. Ich bin, ne? Ja, ach, ne. Das ist ja hier Blitzmerger. Das ist so ein Analytiker hier anscheinend, ey. Bestimmt. Der fängt auch erst in der 16. Runde anzuspielen, weißt du? Ja, da ist er warm. Ja, dann hat er sich analysiert hier und dann, ja, das ist ein Sniper hier. Sniper auf Window. Ja, ich kann nicht durch, wegen unserem Sniper. Achtung, der guckt raus. Tür ist auch einer. Ja, okay. Ich lege. Ah, nein, da ist er doch. Okay, nice, ich lege. Okay. Aufpassen, da kommt was. Ja. Und Cutters ist der letzte. Nice, das war gut. Ach, das war ja die letzte Runde. Hätte ich ja auch mal Geld ausgeben können. Hätte, hätte, fragt. Hätte immerhin haben wir gewonnen. Ja, aber es steht immer noch 8 zu 7. Ja, komm, als zieht es... Real Nigger. Oh Gott. Wie heißt der? Real Nigger. Ja, das ist natürlich... Dann Beth Phoenix. Finde ich sehr, äh... Nett. Sehr entehrend für die gute Frau. Oh Mann. B. Ja. Ja, wir beide, ne? Wie immer. Beiden Deppen an der Front hier. Ja, und der eine... Ne, einer bleibt Mitte. Jo. Zwei Deppen und blau. Ja, die beiden da. Zwei Deppen und blau. Ja, da sind sie auch schon. Oh nein, ich bin tot. Ja, sehr nice. Da ist noch einer. Wer kommt jetzt auf dich zu? Nein, 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 nein. Ich muss hinter einer Deckung. Ja, bleib unten. Ach, du hast nur noch ein paar Schuss, ne? Na, echt jetzt? Wenn du ihn jetzt nifst, ne? So, Chef. Warte, die kommen von hinten. Oh, oh, oh. Nein, er hat mich geneift, jo. Der wurde von einem Real Nigger getötet. Nice. Aber er auch. Das war ja die absolute Messerstecherei, grad, ne? Krass, ey. Wieso hat denn der mich getroffen? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben die Runde gewonnen. Egal, hauptsächlich, ja, eben. Besser so als andersrum. Besser so, besser als die. Besser kill, dann freust du dich zwar, aber dann haben wir die Runde verloren, ne? Naja, das wäre dumm gewesen. Ich bleib Mitte hier. Okay. Da wurde schon einer angeschossen. Echt jetzt? Idiot. Man guckt auch nicht als CT da rein. Okay, B tut sich nix. Wo hast du denn den erwischt? Mitte. Türe. Türe ist noch einer. Ich geh mal durch die Cutters. Nice, nice, nice. Okay, jetzt gehen sie auf A. Der letzte auf A. Glaube ich. Da liegt die Bombe. Ja, er ist on point. Okay, ich komm über kurz. Fuck you, er ist so wie... Er ist... Ja, er ist da. Halt. Er ist da. Der ist da. Halt. So. Irgendwo. Oh Gott, das ist weg. Geh lieber unten rum. Geh lieber unten rum. Ja, geh runter. Genau. Shit. Kill ihn bitte. Fuck, ich hab grad zur Seite geguckt, ey. Echt jetzt. Wie hat der den anderen eben gekillt? Ich bin jetzt echt stinkig, weißt du? Ja, mach Sachen. Hä, wie hat der den anderen eben gekillt? Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Boah, das ist wieder sowas Unnötiges. Und so verliert man Spiele. Und so verliert man Spiele. Let's go, let's go. Jetzt geh ich natürlich wieder mit auf A. Bei B. Machst du da Brain AFK halten. Ich hab' nur ne Five-Seven, ne? Glückwunsch. Die kommen dann. Ja, hast du geflasht, oh. Ja. Äh, leg mich doch am Arsch. Egal, wir haben's auch. Ja, ich bin tot. Kriegen wir. Sind alle jetzt katastrophisch? Liegt die Bombe bei euch? Nö. Ja, doch. Modeln. Die liegt beim Blauen, glaub ich. Ne, Wutner, wenn ich... Da, da, da. Okay, ja, ist das. Okay, hat das noch einer? Ja, ich geh rein. Boah, jetzt hat er keine Munition mehr, oder was? Doch. Da, waschen glatt. Jawohl. Na, Sir, die AK behalte ich jetzt erstmal. Die kann nicht schaden. So ne AK. Ja. Bestand brauche ich nicht so viel kaufen. Oh, ich hab ne Awe gekriegt. Sehr nett. Das ist nice. Und das gefällt dem Lost. Sehr gut. Ich schreie zwar nicht so viel mit dem Ding, aber... Ich geh jetzt mal mit, äh, nach A. Weil ich glaub, die gehen jetzt lieber nach A, weil sie bei B grad richtig gescheitert sind. Du willst nur mal eigentlich. Das kann gut sein. Und? Ja. Oder? Ja, einen hab ich bei kurz. Oh nein, A-A lang ist wieder ungeschützt. Boah, hier ist ne Scout. Boah. A lang ist wieder ungeschützt. Die kommen A lang. A lang. Okay, ja, ich kann nicht hier jetzt durch die, äh... Okay, ich muss gehen. Die sind on point, scheiße. Was? Einer noch. Ne, zwei. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Wo sind der Kollegen? Kurz oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich geh jetzt kurz. Ach, der Typ ist on point bei uns, einer von uns. Ja, kill ihn, kill ihn. Was machst du? Du bist auch, alter, ist der dumm. Hamzen, oder? Ja, die haben den. Brauchte nur eure Schärfen. Aber das ist so ein Spiel, ne? Das darfst du eigentlich nicht im Internet veröffentlichen. So ein peinlicher Scheiß. Unser Team, ne? Ah, ja. Warum war jetzt eigentlich keiner erlangen? Ich weiß es nicht, aber hey. Wies ich nicht. Wär ich jetzt nicht auf Akkurs gegangen, wären sie bei A einfach durchgekommen. Einfach, weil keiner da ist. Komm, da ich mir sonst nichts kaufe, kaufe ich mir jetzt mal ein Diffuse-Kit. Und jetzt sterbe ich eh. Ja, ich habe immer ein Diffuse-Kit, ich bin noch nie so richtig. Oh, ich kaufe mir noch eine Five-Seven. Mit der treffe ich irgendwie besser. So, wieder lang. Ich gehe wieder auf B. Hm. Oh, einer hat sich hier. Schießt gar keiner mehr mit. Ja, geil, genau. Ich bin hier alleine. Ne, da kommt der jetzt. Ich gehe mal lang unterstützen. Okay, einen habe ich. Doof, wenn man um die Ecke schleicht. Dann treffe sogar ich. Das wäre jetzt etwas herabwürdigend. Für mich eher, ja. Ja, aber es ist mir egal, es ist die Wahrheit. Da ist ein Typ gestorben. Aber wo? Wo waren die? Ah, kurz. Immer noch zwei, was ist da los? Also ich habe Cutters im Blick. Ja, ja, ja. Oh, ich Idiot. Knapp vorbeigeschossen. Ja, bleib da. A real nigger ist in Mitte. Okay. Ich habe trotzdem noch... ...Dings im Blick. Ja, beide Mitte, beide Mitte gehen nach A. Geht nach A. Geht nach A. Okay, ich lauf. Jetzt, die sind Mitte, die gucken da. Verdammt. Das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts, wenn die auf A gehen. Das kannst du vergessen. Boah, was denn jetzt? Idiot. Gehen in den Tunnel. Ja, das war jetzt eine sehr genaue Ansage. Ne, vor allem viel geiler. Ich komme um die Ecke und kriege direkt eine Hedda. Ja, er hat wahrscheinlich genau auf den Spot geguckt. Ja, weil er so ein Gamm da hat. Ach, wir sind ja Dings. Jetzt wollte ich mir eine Gully kaufen. Pustekuchen. Das wird schon wieder so eine knappe Scheiße. Ich glaube, unser Schwachpunkt liegt einfach bei A. Das ist einfach so. Ja, weil wir jetzt schon wieder... Weißt du was? Ich gehe jetzt auf A. Ja, komm halt mit, weil es geht keiner von denen auf A. Die sind alle zu blöd dafür. Geh, wo bist du kurz oder was? Kurz jetzt, ja. Geil, ich habe eine M4. Wo soll ich denn hingehen? Ich bleib mal on the spot. Hier ist einer mit der A, wo er zielt auf kurz. Sein Ernst? Guck auf lang, du Spacken. Ich glaube, die pushen jetzt hier. Ich bin hinter dir. Das wird Mitte gewesen sein. Oder B. Achtung, da. Was, ey? Ich passe es nicht. Okay, ich habe ihn. Nimm mal eine OG, da hast du mehr Munition. Der kann ich aber nicht spielen. Ja, gut, dann halt nicht. Also B. Super. Boah. Hä? Wie hat er mich denn schon gesehen? Verdammt. Nice. Alter. Eins gegen zwei. Ja, als ob die sich da jetzt noch... ...belabern. Außerdem ist die Bombe und das wird schon zu knapp. Das war mal wieder nichts. Warum spielen die nicht die ganze Zeit so vernünftig? Warum müssen erst vier Leute sterben, damit der was trifft? Warum? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, ja, ja. Würde ich echt jetzt mal. Ich verstehe es zwar nicht, aber hey. Vielleicht ist es eine... ...Logik, die mir nicht... ...gegönnt ist. Keine Ahnung. Thank you, ja toll. Kannst dir auch nichts verkaufen, wenn wir gleich verlieren, nur Pflaume. Ich gehe jetzt lang. Jetzt geht wieder keiner auf B. Ich bleib mal Mitte. Würden wir erst zu zweit auf lang gewesen? Hier ist eine Smoke und eine HE gekommen. ...würden wir nicht. Lange höre ich nichts. Oh, ne. Ja, komm wieder zurück nach A. Der Typ ist auf kurz gestorben, der Idiot. Ich hasse es, wenn das passiert, ne? Ich hasse es nicht. Naja, jetzt einfach hierbleiben. Bumm. Ja, gut, dass ich nicht geguckt habe. Toll. Bombe ist kurz, ne? Aber, aber Duell. Wenn du kannst, ab in den Rücken von denen. Ja, kann ich aber nicht. Wie viele sind sie noch? Ah, jetzt sind beide auf kurz. Wenn du dem in den Rücken fällst, dann hast du dem anderen einen riesen Gefallen getan. Wo waren die jetzt? Okay, warte, der letzte hat jetzt. Sind beide auf kurz, ne? Da ist er doch. Ja, der hat die Bombe. Ja! Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ey, sei Dank. Wenn das wieder unentschieden wird, das gibt's doch nicht. Zweimal hintereinander. Weißt du, ich geh jetzt kurz, um dann zu erfahren, dass Lange fällt und die Löber langkommen und ich mir in der P90 nix machen kann. Es ist einfach so, dann geh ich halt mal lang. Ich geh jetzt P90, bitte. Der Purple wird so versagen, ich sag's dir jetzt schon. Auch wenn er grad getroffen hat. Wenn ich schreie, rass du rein. Okay, ich... Oh, hier ist ein... Alter, sterb doch! Sterb doch! Zwei hab ich. Ah, das noch... Kommt noch einer. Scheiße, ich bin völlig geflasht. Hab ich ihn gekriegt? Ja. Alter, ich war... Ich hab nichts gesehen. Egal. Alter, jawohl. Alter, den teabag ich jetzt des Todes, Alter. Ja, das, äh... Das war nicht viel, Alter. Hab ich ja mal Glück gehabt jetzt. Okay, ich warte nochmal mit da, aber an der anderen Stelle. Andere Seite würde ich vorschlagen. Nee, andere Seite nicht. Oder nee, warte, hier hinter der Kiste. Ja, ja, genau. Hier direkt, wo B an der Wand steht. Ja. Dann wartest du da... Du hörst es ja. Wenn ich schreie, ähm... Weißt du, dass sie kurz kommen. Bist du kurz? Ja. Lang. Oh, jetzt gehen sie lang. Warte, warte, warte. Ist die Bombe. Ruhig. Komm kurz. Ja, zwei weg, da kurz. Eine, mit der... Wunderbar. Okay, den hab ich nicht gekriegt. Lovely. Lovely. Und the fool. Wo ist denn der? Eine, eine Ecke, eine, eine Ecke. Warte, ich flashneben. Ist der letzte. Ja, ja, ja. Und Schiss. Ich bin glatt. Mit Headshot auch noch, richtig schön. Ah, das macht Spaß. Scheiße, ich wollte die Tech-9. So, nochmal. Ja, ich warte jetzt nochmal hier. Bei dem einen war ich eben zu langsam. Den hab ich zwar gehört, aber ich hab gedacht, der kommt in meine Richtung. Das ist auf jeden Fall schwer. Kurz wird schwer zu halten. Ja, schrei einfach, dann mach ich von hinten nochmal. Warte mal, ich kauf ne Brandgranate. Oh ja. Dann schmeiß ich die von hinten da hoch. Oh ja, das andere Team ist in Rage-Stimmung. Die wollen einen rausschmeißen. Oh, okay. Lang. Liegt die Bombe. Sehr gut. Zieh mich mal ein Stück zurück. Ja, nice. Okay, Cutters war das. Einfach so bleiben. Der ist garantiert wieder da hinten, ne. Ein T-Spawn, irgendwo rum am Gammeln. Ja, der ist da wieder in der Ecke. Selbe Ecke wieder. Oh nein, Lang ist gefallen. Komm mal mit Lang, komm mal mit Lang. Die holen sich den ja. Ja, ja. Erstmal hier den einen loswerden, so. Ja, einer von hinten. Kommt von hinten. Ja, komm nicht. Kote euch das von hinten. Muss nachladen. Fick ihn, fick ihn, fick ihn, fick ihn. Wo ist denn der? Äh, ich glaub hinten, ganz links. Echt jetzt? Warte mal. Ne, rechts an der Ecke, an der Ecke. Ach, ich hätte ein Messer hin können. Schade. Egal. Egal. Ich hab's nur überlegt, aber dann hat er sich bewegt. Einfach nice. Einfach nice. So muss das alles, so muss das immer sein. So, ich bin Mitte. Ey, geil, wo kommen die Tech-9 her? Das weiß ich nicht. Danke. Thank you very much. Die hat er mir bestimmt gegeben, weil er weiß, dass ich mit der Treff und gesehen hat, dass ich eine Awe in der Hand hab. Ja, ich hab jetzt eine Awe, aber... Ach, okay. Ja, gut. Das wird natürlich jetzt schwer. Da kommt doch was. Müsste ich angeschossen haben. Der kurz oder wie? Ne, äh, Cutters Mitte. Hab ich. Okay, ich geh rein. Ah, ne, ne, hinter mir. Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer unten. Der ist so low, der ist so low. Mitte ist low. Noch einer, komm, 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 komm. Bombe ist das. Bleib da. Mach dir jetzt erstmal ruhig. Der andere. Wir fühlen. Einfach ruhig bleiben jetzt. 3 gegen 2. Der andere ist sehr... ist stark gehittet und der andere ist, glaub ich, jetzt auch von dir getroffen gewesen. Ja, die sind über kurz gegangen, 100 pro. Sicherlich. Oder B, man weiß es nicht. Guck lieber mit der Awe auf die Tür, sonst... Dann muss man einen Schritt machen. Weiß ich nicht. Doch, mit Sicherheit nicht. Ja, A. Ja, die liegen bei A. Schreib's mal grad, dass der... Na gut, jetzt weiß er es spätestens. Ja, warte, warte, ähm. Ich will eigentlich nicht unten rumgehen. Warte da unten. Warte, ich sag dir, wenn er da ist. Ach nee, er geht... Er geht lang, warte. Boah, ich jetzt... Warte, 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 warte. Warte einfach da. Nichts überhandeln. Die Uhr... Die Zeit läuft, ne? Ist okay, ist okay. Ja, ist nicht okay. Push. Er ist on point. Entschärf. Wo ist die Bumbe? Ach. Auch A geplantet. Scheiße. Das war... Ja, okay, das war blöd, dass... Das blaue Mal wieder nichts getroffen hat. Ja, und vor allem, dass der da lang gelaufen ist, ey. Das hat viel zu viel Zeit gekostet. Hätte der die über kurz bekommen? Hätte sie alle bekommen, aber ich sag ja nichts. Ich hab ja keine Ahnung von dem Spiel, von daher. Das war einfach... Jetzt schmeißt du mir eine Awe hin. Seien Ernst? Das hab ich gerade eingekauft. Nee, mach ich jetzt nicht. Ja, das wird wieder schlecht. Keiner weiß, wo er hin soll. Das wird nix. Oh je. Was stehen die denn jetzt alle hier rum? Das weiß ich nicht. Keiner auf... Keiner auf... B. Einen hab ich bei kurz. Okay, kurz hab ich abgesichert jetzt erstmal. Wir haben hier auch full force auf A, ne? Da tut sich was bei, kurz. Warte, warte. Oder Mitte. Hab ihn. Sehr gut. Das ist unsere Runde. Wir warten uns einfach. Ich geh nochmal auf B. Die Bombe ist bei A. Ja, ich weiß. Hier ist auch einer. Ach, komm, echt jetzt? Hab ich mich killen lassen? Leg mich da um Arsch. Kommt durch die Tür, hat meine Waffe, geht mit. Kommt durch die Tür. Ich glaube, die ich pushen alle an. Mitte. Ach, komm, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße, einer ist Katas. Ja, die gehen auf B, glaub ich. Ich wäre so dumm anstellt, ey. Da kommt der Skull. Killst die doch einfach. Team, Team. Weißt du, vorhin holt er zwei Stück ganz flockig weg, ey. Und jetzt ist er wieder... Und jetzt schießt er dreimal vorbei. Ja, läuft. Der ist jetzt alleine. Mit einem HP. Ja, die Runde haben wir verkackt. Ich hab die eigentlich alle angehittet, aber ey. So, ein Depp. Ja, toll. Guck dir deine scheiß AWP noch mal fünfmal an. Da wirst du auch nicht gewinnen, du Lappen. Mann, ey. Das ist ne Diesel, ey. Kein, was weiß ich, keine RPG. Ich kaufe nur ne P90. Ja, das mach ich jetzt auch wieder, weil damit bin ich besser gefahren vorhin. Lass mal die Position tauschen, geh du mal bitte kurz. Okay. Weil wenn die wieder Mitte gehen, dann mach ich die einfach weg. Die Mission ist einfach. Geh sie raus. Ich flasche kurz. Moment. Ja, da tut sich auch was. Jetzt. Ja, dann gibt's jetzt ne Brandgranate. Komm, Mitte, glaub ich. Ah ja, da war eine. Achtung, Flash. Lass sie auflaufen, lass sie auflaufen. Nein, stell dich nicht in dieselbe Ecke wie ich, du Depp. Ey. Der fuckt mich so ab, ey, ne? Zwei Stück. Ja, ich komme. Drei Stück. Nice, der eine hat den weg. Wenn du Granaten hast, schmeiß sie da hinten rein. Ne, hab ich nicht, aber ich guck. Mach ein bisschen Platz, dass der mit der Awe auch noch was sieht. Warte ich GB sichern, dass sie nicht nach B ausweichen. Okay, der eine hat den. Das müsste eigentlich unsere Wunde sein. Ach, zwei. Jawohl. Ich geh trotzdem drauf. Ja, helf dem. Der ist auf dem Punkt. Ich glaube, ich glaube, der ist. Wir haben mal gewonnen. Ich kacke ab. Nur ich hab wieder Scheiße gespielt. Sehr gut. Ungekriegt hab ich auch nix. Noch besser. Ich hab heute noch gar nix bekommen. Ach, ich war wenigstens nicht letzter. Das ist gut. Gut, Aufnahme beendet. Tschö, tschö. Tschö.